Moment mal, wenn ich also mit den Amerikanern Handel treibe und ich mache was, was denen nicht gefällt, dann müssen wir noch nicht mal im Kriegszustand sein und dann nehmen wir das einfach weg, die rauben mir das einfach und erzählen mir, dass sie dann irgendwas damit machen. So haben wir nicht gewettet, Freunde. Das war der Tropf, der das fast zum Überlaufen gebracht hat bei den BRICS-Staaten. Und das ist auch das, worauf es rausläuft. Im Goldstandard gibt es nämlich keine Handelsbilanzdefizite und Überschüsse, gibt es einfach nicht. Der Goldstandard zwingt alle Beteiligten zu disziplieren. So oder so ist die fiskalische Verantwortungslosigkeit des Westens vorbei. Ende Gelände. So, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Dr. Markus Kreil. Wir sitzen immer noch hier in Sohnwieder. Wir haben einen spannenden ersten Teil, den du möglicherweise gesehen hast oder gehört hast auf unserem Podcast. Und ja, jetzt geht es um eine mögliche neue Weltwährung. Es geht um Ereignisse, die am 22. August, glaube ich, bevorstehen. Es geht darum, dass gemungelt wird, seit wenigen Tagen eigentlich. Vorher hat kaum einer darüber gesprochen, aber über eine neue Weltwährung, BRICS-Weltwährung. China, Russland, Indien, Südafrika, Brasilien, glaube ich, sind die Länder, die hier federführend im Gespräch sind. Und was ich sehr spannend gefunden habe, ich weiß nicht, ob das ein Gerücht ist oder wirklich, tatsächlich, dass die Franzosen hier versuchen, auch irgendwie mit rein in die Gespräche zu kommen. Aber vielleicht weiß der Herr Dr. Kreil mehr. Also die Franzosen werden die garantiert nicht reinlassen in diese Gespräche, weil dazu die Frontlinien in der internationalen Politik im Moment zu klar gezogen sind. Die kriegen allenfalls, sozusagen, so auf der hintersten Zuschauerreihe kriegen, dürfen die auch mal da, wenn die Entscheidungen gefallen sind, dürfen die auch mal vorbeischauen. Halten Sie das als Spionageakt der EU oder halten Sie das als möglichen Absprung der Franzosen aus der EU? Nein, das ist eine typische französische Aktion, wie die Franzosen das halt so alle Jubeljahre mal machen, so eine hochinnovative, diplomatische Geschichte zu machen, damit in die Schlagzeilen zu kommen und dann versandet das und kein Mensch redet mehr darüber, aber man war mal in den Schlagzeilen. Also ich glaube, das ist mehr der Innenpolitik in Frankreich geschuldet, als der tatsächlichen Möglichkeit, da irgendwie mitzuspielen. Also der Sandkasten ist abgesteckt. Der Sandkasten ist abgesteckt und die BRICS, also Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, die haben jetzt ja schon sowieso eine Warteliste von über 40 Ländern, die da auch rein wollen. Wer will da alles rein? Das reicht von Indonesien über Bangladesch, Pakistan, Iran, Saudi-Arabien, Ägypten, Algerien bis Argentinien, Venezuela und Mexiko. Also im Grunde genommen, der gesamte frühe blockfreie Block will da rein. Und was bedeutet das für uns? Das bedeutet eigentlich, dass wir uns als Westen mal über ein paar Dinge klar werden müssen. Das Erste ist, dass wir isoliert sind. Nicht die Russen oder die Chinesen sind isoliert. Das ist einfach nicht der Fall. Schauen Sie sich die Landkarte an, schauen Sie sich die Weltkarte an, färben Sie mal einfach alle Länder rot ein, die da jetzt entweder schon drin sind oder da rein wollen. Dann stellen Sie fest, die, die schon drin sind, nur fünf, stehen für 40 Prozent des Weltproduktes Sozialprodukts, also fast die Hälfte, stehen für 60 Prozent der Weltbevölkerung. Allein China und Indien, ich meine, das müssen wir zusammenzählen, da wissen Sie Bescheid. Und wenn jetzt noch diese große Erweiterungsrunde kommt, und die wird sicher so sein, dass die fünf Gründungsmitglieder sich da das Sagen vorbehalten werden. Da wird es dann assoziierte Mitglieder geben, aber die werden dann eben da mitspielen. Dann haben wir hier wahrscheinlich größenordnungsmäßig eher 80 Prozent der Weltbevölkerung und 60 Prozent des Weltbruttosozialprodukts. Und wir haben vor allen Dingen noch was. Wir haben einen riesigen Handels- und Leistungsbilanzüberschuss dieser Länder gegenüber dem Westen. Ich habe es mir mal angeschaut. Die Handelsbilanzzahlen der fünf BRICS-Staaten, und die haben einen Handelsbilanzüberschuss gegenüber dem Westen von gut einer Billion, also nicht ganz 1.000 Milliarden, 950 Milliarden in 2022 gehabt, mit weiter steigender Tendenz. Handelsvolumen insgesamt 9 Billionen, das ist also 5 Billionen Exporte, 4 Billionen Importe, so großem Modo. Und diese eine Billion Handelsbilanzüberschuss, die ist die entscheidende Information. Und zwar deswegen, weil derjenige, der den Überschuss hat, der hat in dem Schachspiel die Ansage. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Was wollen die da machen? Das ist die Kernfrage. Was wollen die da machen mit dem Thema Handelswährung? Um zu verstehen, was die machen wollen, muss man erst mal verstehen, was unsere Lage ist. Also was ist die Lage, was ist die Weltwährungslage? Und alle Leute wissen, der US-Dollar ist die Weltleitwährung, aber eigentlich wissen 99% der Leute nicht, was das ist, eine Weltleitwährung. Und wieso ist der die Weltleitwährung und wie kam es dazu? Und das Interessante, wenn man sich diese Sache mal beleuchtet, ist, dass der US-Dollar auf zwei verschiedene Art und Weisen in seiner Geschichte die Weltleitwährung gewesen ist. Nämlich einmal von 1947 bis 1971 als goldgedeckte Weltleitwährung, weil die Amerikaner die einzigen waren, die diese riesigen Goldvorräte hatten nach dem Zweiten Weltkrieg. Die waren nämlich nicht so menschenfreundlich, den Russen und den Briten und den Franzosen die Waffen zu schenken, sondern die haben die sich bezahlen lassen. Und zwar nicht in Papier. In Gold. Also the real thing. Die Amerikaner haben damals schon verstanden, dass sie the real thing haben wollten. Unser Ergebnis war, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Europäer kein Gold mehr hatten und die Amerikaner 20.000 Tonnen Gold, was damals ein Drittel des Weltgoldbestandes war. Und der Rest verteilte sich fein über den Planeten meistens angelegt in Schmuck. Aber teilweise hatten ja dann, glaube ich, die Amerikaner auch noch für andere europäische Länder nach dem Krieg Gold noch Vorräte gehalten, die Holländer und die Franzosen. Das kam dann später. Also die Lage nach dem Krieg war, die Franzosen, die Briten, die Deutschen, die hatten kein Gold mehr. Und auch die Holländer auch nicht, die Italiener auch nicht. Alle hatten kein Gold mehr. Die Amerikaner hatten 20.000 Tonnen Gold. Und wie baut man in so einer ungleichgewichtigen Welt ein neues Währungssystem auf? Damals waren wir noch fest an den Glauben, an das goldgedeckte System verbunden. Selbst Keynes hat daran geglaubt. Muss man sich also mal ergeben. Und dann hat man gesagt, naja, die anderen haben alle keins mehr. Wir machen jetzt Folgendes. Der Dollar wird goldgedeckt. Eine Unze sind 35 Dollar. Also 31,10 Gramm Gold, was heute so etwa 2.000 Euro sind. Sind damals 35 Dollar gewesen. Das heißt, wer mit 35 Dollar ankommt, kriegt eine Unze Gold. Und die anderen Währungen, die werden mit festen Wechselkursen an den Dollar gebunden und sind somit indirekt Goldgedeckt. Das heißt also, die D-Mark wurde mit 4,20 Mark pro Dollar festgelegt. Das heißt, mit anderen Worten, etwa 130 Mark, nicht ganz 130, machen wir 25 Mark so etwa, waren eine Unze Gold. Das heißt, es gab eine indirekte Goldbindung, obwohl die Bundesbank gar kein Gold hatte. Sie war sogar mit einem negativen Eigenkapital ausgestattet. Indirekt hatten alle diese Sicherheit, okay, ich kann in Gold umtauschen. Genau, diese Sicherheit gab es. Und was ist dann passiert? Die Amerikaner haben ihre Machtposition nach dem Zweiten Weltkrieg in vollen Zügen genossen. Sie haben ein riesiges Rüstungsprogramm gefahren, weil sie natürlich mit der Sowjetunion im Klinsch lagen. Sie haben den Koreakrieg geführt, sie haben den Vietnamkrieg geführt, sie haben das Mondprogramm gemacht, sie haben das Sozialprogramm gemacht. Dann haben sie noch eine anständige Kubakrise zu managen gehabt, dann haben sie diese riesige atomare Rüstung gemacht im Kalten Krieg, die also zu diesen gewaltigen Zerstörungspotenzialen geführt hat. Und das hat alles riesig Geld verschlungen. Und diese riesigen Ausgaben der Amerikaner haben zu riesigen Staatsdefiziten geführt. Und die Staatsdefizite, die entfalten ja Nachfrage, die so groß war, dass die amerikanische Wirtschaft nicht in der Lage war, die Nachfrage zu decken. Also haben sie einen Nachfragesog, einen Importsog erzeugt, sodass die Amerikaner dann, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, angefangen haben, schon große Defizite aufzubauen. Diese Defizite, die haben natürlich dann dazu geführt, dass die Briten, die Franzosen und die Deutschen und die Italiener insbesondere, Dollars angesammelt haben. Und was haben sie damit gemacht? Sie haben genau das gemacht, was das System ihnen erlaubt hat. Sie haben es in Gold umgetauscht bei der Fed. Und 1971 war es dann so, dass der amerikanische Goldschatz war auf 8.000 Tonnen geschrumpft, also um 12.000 auf 8.000 Tonnen geschrumpft, während zum Beispiel der deutsche Goldschatz von 0 auf 3.400 Tonnen gestiegen war, was es auch heute noch ungefähr ist. Und dann kam am 15. August 1971 der Präsident Nixon drauf, feststellen zu müssen, dass die Briten, die Franzosen und die Deutschen schon so viele Dollars angesammelt hatten, dass sie diese 8.000 Tonnen, die die Amis noch hatten, jederzeit hätten abholen können. Und dann hat der Nächsten gesagt, ich gebe doch den verdammten Deutschen, die den Krieg verloren haben, nicht mein Gold, den ganzen Rest. Und den Briten und den Franzosen auch nicht, weil die mag ich eh nicht. Also hat er am 15. August sich vor die Kameras gesetzt und gesagt, ich habe den Schatzminister angewiesen, die Umtauschpflicht des Dollars in Gold aufzuheben. Ab sofort gibt es für Dollars kein Gold mehr. Und wer Dollars will und sie umtauschen will, kriegt andere Dollars. Das ist ein bemerkenswerter Hattrick. Und normalerweise würde man sagen, das ist eine Zahlungsverweigerung, eine Pleite. Eine Bancotterklärung eigentlich. Da hat es begonnen, das Fiasko sozusagen. Das war der Anfang des Fiaskos. Und das Interessante war aber, dass dieser Move, also aus amerikanischer, machtpolitischer Sicht, ein Smart Move war. Das, was normalerweise für die Pleite dazu, dass man dem Pleitier kein Geld mehr gibt und dass man ihm nicht mehr vertraut und dass man ihn eigentlich in die Wüste schickt und ihn beschimpft. Und all das ist nicht passiert. Warum ist es nicht passiert? Aus zwei Gründen. Erstens, weil die Alten, die waren alle darauf angewiesen, dass der amerikanische Atomschirm eben über Europa gehalten wird und auch sonst der militärische Schirm. Das heißt, die Defizite, die hatten sie ja zum Teil selbst mit zu verantworten, weil die Amerikaner haben ja die Schutzmacht gegeben. Und die Amerikaner haben immer mehr Geld für Rüstung ausgegeben als alle anderen. Und da hat man sich dann, also wenn wir uns mit denen jetzt anlegen, dann sind wir übermorgen die hinterste Provinz im russischen Imperium. Das haben die für schlechte Ideen gehalten. Es war wahrscheinlich auch eine schlechte Idee, die hinterste Provinz im russischen Imperium zu werden. Und das Zweite war, und das war noch viel frappierender, dadurch, dass die Europäer auf so viel Dollars saßen, dass sie ja 8.000 Tonnen Gold damit hätten kaufen können kurz vorher noch, bedeutete das, dass diese ganzen Dollars jetzt die Zentralbank-Bilanzen verstopft haben. Die lagen also, diese riesigen Dollars lagen in der Bundesbank-Bilanz, in der Bank de France-Bilanz und in der Bank of England-Bilanz und in der Bank of Italia-Bilanz. Überall lagen diese riesigen Mengen an Dollars drin. Und dann habe ich gesagt, wenn wir das jetzt auf die Spitze treiben, den Streit mit den Amis, dann stürzt der Dollar so ab, dass die wertlos werden. Und dann haben wir hier eine Abschreibung, die können wir uns nicht leisten. Also hat man mit gutem Miene zum bösen Spiel gemacht und sagt, wir nehmen jetzt den Dollar quasi als Reservewährung in den Zentralbank-Bilanzen. Und diese Reservefunktion wurde dann kein Goldstandard mehr, sondern ein Devisenstandard. Und diese Reservefunktion, die hat der Dollar quasi mit Gewalt bekommen. Durch diesen Winkelzug erst Gold und dann Aufhebung des Goldstandards mit Defiziten verbunden. Und dann waren sie gefangen. Das heißt, alle anderen waren dann gefangen. Und dann hat man natürlich diese Reservefunktion und die Welthandelsfunktion noch mit den Verträgen mit Saudi-Arabien abgesichert, dass Öl in Dollar abgerechnet werden musste, der Petrodollar. Dieser Vertrag ging aber schon auf die 40er Jahre zurück. Also der war sehr weise in der Voraussicht, wenn man das mal so rückblickend betrachtet. Und damit waren im Grunde genommen alle in der Weltwirtschaft, auch die aufstrebenden Chinesen, die dann ab Ende der 70er Jahre aufgehört haben mit ihrem kommunistischen Blödsinn und Marktwirtschaft eingeführt haben, alle waren sie gefangen, weil sie alle darauf angewiesen waren, Dollars für ihre Exporte anzunehmen. Denn wenn sie es nicht getan hätten, wären die Dollars abzuschreiben gewesen. Und umso länger das Spiel ging, umso mehr Dollars haben sich in den Zentralbank-Bilanzen angesammelt und umso größer war das Gefangenen-Dilemma aller anderen. Das heißt, so hat es der größte Schuld in dieser Welt eigentlich geschafft, die wirtschaftliche und militärische Autorität zu bleiben. Und wie hat man das abgesichert, dieses Reserve-Währungs-Ding? Man hat es mit vier anderen Elementen der globalen Hinkumonie abgesichert, nämlich mit einer militärischen Überlegenheit. Also wer da ausgeschert ist, wie zum Beispiel Saddam Hussein oder Gaddafi, der hat das relativ schnell zu spüren bekommen, wo die militärische Überlegenheit da ist. Das zweite war die Signal Intelligence, das, was Snowden uns erzählt hat, nämlich das totale Ausweichen der Welt. Also die Spionage, die komplette Spionage-Dominanz auf dem Planeten. Das dritte war Englisch als Weltsprache. Und das vierte war, dass über 95 Prozent aller internationalen Handelsverträge als Gerichtsstaat London oder New York haben und auf Englisch abgefasst sind. Das heißt also, die juristische Dominanz. Das hat das Ganze abgerundet. Und das Ergebnis dessen war ein gewaltiger Vermögenstransfer vom Rest der Welt in die USA. Wie hat er funktioniert? Die USA haben ihre Handelsbilanzdefizite auf immer neue Höhen getrieben, haben die mit frisch gedruckten Dollars bezahlt und haben den Leuten dann also ihre Exporte mit Dollars bezahlt, die im nächsten Jahr schon weniger wert waren als im Vorjahr. Und die konnten die auch nicht ausgeben, weil theoretisch konnten die die zwar schon ausgeben, aber im nächsten Jahr waren die Defizite noch höher. Also für jeden Dollar, den die dann bei den Amerikanern ausgegeben haben, haben sie zwei zurückbekommen. Ja, für die Exporte, die sie nach Amerika geliefert haben. Und eine Weile lang waren sie damit auch fein und haben dann ihre Devisenreserven so aufgebaut. In dem Irrglauben, dass diese Devisenreserven was anderes wären als nur Papier, was frisch bedruckte Zettel wäre. Die gleiche Art von Geldillusion, die der Bürger hat, wenn der Staat inflationäre Politik macht, um den Bürger zu berauben. Das haben die Amerikaner auf einen globalen Maßstab gemacht. Nämlich, die haben ja für ihre Dollars immer nur weniger gekriegt. Wenn man sich einfach mal vorstellt, dass Gold als Maßstab zu nehmen ist, und Gold ist der beste Maßstab für Werterhalt über 5000 Jahre Menschheitsgeschichte, so hat man für 35 Dollar vor 50 Jahren eben eine Unze Gold gekriegt. Und jetzt muss man 2000 dafür hinlegen. Mit anderen Worten, wir haben weit über 95 Prozent Wertverlust gehabt für einen Dollar. Sie brauchen heute 20 Dollar mindestens, um das Gleiche zu kaufen, wie sie für einen Dollar vor 50 Jahren gekriegt haben. Absolut. Und dann sind jetzt die BRICS-Staaten irgendwann mal mit Gewalt, mit der Nase in diese Pfilze gestoßen worden. Und was war dieses Ereignis? Dieses Ereignis war das Einfrieren der russischen Zentralbankreserven am Beginn des Ukraine-Kriegs. Die Russen hatten einen großen Teil ihrer Zentralbankreserven global verteilt. Und dann haben die Amerikaner und die Europäer die einfach mal einkassiert. Das heißt also Hunderte von Milliarden einkassiert. Und das gab es in der Menschheitsgeschichte so noch nie, dass einfach mal ein Land, mit dem man sich nicht im Krieg befindet. Es war ja so, Russland befindet sich mit dem Westen, jedenfalls formell, nicht im Krieg. Sondern es befindet sich nur mit der Ukraine in einem bewaffneten Konflikt, den die Russen selbst noch nicht mal Krieg nennen. Die Ukrainer nennen es natürlich, Krieg ist auch verständlich. Man darf es wohl auch als Krieg bezeichnen. Aber es gab zwischen Russland und der EU und Russland und den Amerikanern gibt es keinen Krieg. Gab es keinen und gibt es nicht. Trotzdem haben die sich erdreistet, einfach mal das gesamte russische Vermögen und zwar auch das Privatvermögen zu beschlagnahmen. Und das war der Auslöser, dass die Chinesen, die Inder, die Südamerikaner, die Südafrikaner alle gesagt haben, Moment mal. Und auch die Araber, also auch Saudi-Arabien und alle sagen, Moment mal, wenn ich also mit den Amerikanern Handel treibe und ich mache was, was denen nicht gefällt, dann müssen wir noch nicht mal im Kriegszustand sein und dann nehmen wir das einfach weg. Die rauben mir das einfach und erzählen mir, dass sie dann irgendwas damit machen. So haben wir nicht gewettet, Freunde. Das war der Tropf, der das fast zum Überlaufen gebracht hat bei den BRICS-Staaten. Und jetzt stehen die nämlich vor folgendem Problem. Einerseits haben sie diese Abhängigkeit, dass die Amerikaner ihnen einfach sagen, wir zahlen nicht. Wenn Sie sich mal vorstellen, die Chinesen haben etliche tausend Milliarden Dollars in Form von amerikanischen Staatsanleihen. Die sind ja alle durchnummeriert. Die Amerikaner wissen ja, wem was da gehört. Und die Amerikaner heute sagen, also die, die bedienen wir nicht mehr. Alle anderen schon, aber die nicht. Das ist eine Möglichkeit, die die haben. Und da sagen die Chinesen, also so haben wir nicht gewettet, Freunde. Wir haben euch doch nicht für Hunderte und Tausende von Milliarden Güter geliefert, die wir hier mit Aufwand, mit Arbeit, mit Mühe, mit Investitionen, mit Energie, mit Rohstoffeinsatz, mit Kapitaleinsatz hier produziert haben, haben von euch dafür dann Dollars und Anleihen bekommen und jetzt sagt ihr, ihr zahlt einfach nicht. Das ist nicht die Wette, die wir abgeschlossen haben, Freunde. Und jetzt haben die einfach mal folgende Entscheidung getroffen. Und sie haben sie getroffen. Sie treffen sich am 22. August geht es an die Umsetzung. Da geht es um die Frage, da geht es um die Frage, wie schnell machen wir das, auf welchem Weg kommen wir da hin. Die haben jetzt entschieden, sie wollen eine goldgedeckte Handelswährung haben. Das wird so eine Art Sonderziehungsrecht, nur mit dem Unterschied, dass die Sonderziehungsrechte beim Internationalen Währungsfonds nicht goldgedeckt sind, sondern auch nur Papier sind. Und diese goldgedeckte Handelswährung, die wird dann mit Gold unterlegt. Da wird wahrscheinlich irgendwo im neutralen Land, vielleicht Singapur oder so, wird irgendwo eine Institution hingestellt, wo man dann das Gold hinkarrt und sagt, da haben wir jetzt, sagen wir mal, 3.000, 4.000 Tonnen Gold, die wir da als Gründer einzahlen. Und wer jetzt bei uns einkauft, der muss diese Währung erwerben, damit er uns bezahlen kann für unseren Export. Und wenn er die nicht hat, ja, dann tut es uns herzlich leid. Und jetzt stellt sich die Frage, wie viel von dieser Währung braucht man denn oder wie kann man sie substituieren? Wenn die goldgedeckt ist, dann bedeutet das effektiv, dass wir die Exportüberschüsse der BRICS-Staaten in Zukunft in Gold bezahlen müssen. Das haben wir gerade vorhin gehört, das sind ungefähr eine Billion und das ist nach aktuellem Kurs sind das 16.000 Tonnen Gold pro Jahr. Es gibt auf der Welt aber nur 210.000 Tonnen Gold und der Westen hat nur 23.000 Tonnen Gold in seinen Zentralbankreserven. Privatpersonen haben da noch mehr, aber in den Zentralbankreserven 23.000 Tonnen Gold. Das heißt, nach anderthalb Jahren sind die aufgebraucht. Und jetzt gibt es verschiedene Varianten, wie der Westen darauf reagieren kann. Er kann dieses Defizit mit seinen Goldreserven finanzieren. Da ist aber nach anderthalb Jahren Schluss. Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Könnte es da nicht passieren, dass die Staaten beschließen und sagen, so, wir sammeln, um hier mithalten zu können, einfach von dem Privaten das Gold auch wieder ein? Ja, das hat man schon mal in den 30er Jahren probiert. Das funktioniert nicht, weil die Leute dann ihr Gold ins Ausland schaffen, verbuddeln und sonst was. Selbst die Nazis haben das ja nicht geschafft. Die haben das ja auch gemacht. Und das wird also nicht funktionieren, zumal man damit das letzte bisschen Vertrauen in den Rechtsstaat Das würde den Staat aber auch nicht retten am Ende, weil die Relationen trussen. Das würde es nicht retten. Da schleppt man sich dann drei Monate weiter. Also das, was man da einsammeln kann, theoretisch würde das wahrscheinlich noch zwei, drei Jahre halten. Aber wenn man alles einsammeln kann, aber erstens kann man nicht alles einsammeln und zweitens verschiebt es das Problem auch nur in ein paar Monate. Also im besten Fall gewinnen sie da ein Vierteljahr. Ich habe eine ganz interessante These vielleicht auch gehört, so als Alternativ-Szenario, ich weiß nicht, was sie davon halten, dass möglicherweise die Amerikaner sich dann als der große liberale Bart präsentieren könnten und sagen, okay, wir sind ja sozusagen dagegen, Bart ist ja trotzdem der, der alles staatlich zu lenken versucht, wir sind die Liberalen und dann vielleicht doch nochmal den Bitcoin buschen könnte. Ja, das Problem ist, es muss angenommen werden und da sitzt der, der den Handelsbilanzüberschuss hat, am langen Hebel. Das heißt also, der, der den Überschuss hat, der kann diktieren, wie er bezahlt werden will. Ganz simpel. Das ist so, wer zahlt, schafft an, heißt das so schön. Absolut. Ja, wer den Überschuss hat, der sitzt am längeren Hebel. Das waren eben früher die Amerikaner. Im Krieg haben die Amerikaner den Überschuss erwirtschaftet, indem sie Waffen exportiert haben im Zweiten Weltkrieg an alle Beteiligten und worauf haben sie bestanden? Auf Bezahlung in Gold. Und die BRICS-Staaten machen jetzt nichts anderes, als das, was die Amerikaner damals gemacht haben. Nur, dass es keine Waffen sind, sondern, dass es einfach die Ausgabengut und die Verschwendungssucht des Westens ist, die das Defizit erzeugt. Also hat der Westen diese Möglichkeit, einfach jetzt auf Bitcoin umzusteigen, hat er nicht. Genauso wenig wie er sagen kann, wir geben euch einfach mehr Dollars. Und das funktioniert nicht. Zumal das natürlich zu einer gewaltigen Erhöhung der Importpreise und damit zu einem riesigen Inflationsschub führen würde. Nein, also die Optionen, die sind begrenzt. Die eine Option ist, wir nehmen unsere Reserven und geben die aus. Dann ist nach anderthalb bis zwei Jahren spätestens unwahrscheinlich, oder? Die zweite Variante ist, wir nehmen die Dollars und kaufen auf dem Weltmarkt Gold ein, was das Zeug hält. Und zwar in dem Maße, wie wir jetzt auch Defizite haben. Das wären dann 16.000 Tonnen pro Jahr. Wenn der Westen 16.000 Tonnen pro Jahr einkauft in diesem Markt, dann wage ich die Prognose, dann wird sich der Goldpreis verzehnfachen. Also ist es keine Option. Abgesehen davon, dass wahrscheinlich die Funktion sogar noch so extrem ist, dass es noch weiter klettern würde und dass man die 16.000 Tonnen Gold irgendwann gar nicht mehr kriegt, weil dieser Goldpreisanstieg jeden dazu veranlassen würde, zu sagen, meins gebe ich nicht her, ich warte ab. Also auch keine wirkliche Option oder jedenfalls nur eine begrenzte Option. Und die dritte Option ist, das Defizit zu reduzieren. Das heißt also, die Importe werden so stark verteuert, dass die Nachfrage nach Importen sinkt und die Nachfrage nach Exporten wächst. Und das ist auch das, worauf es rausläuft. Im Goldstandard gibt es nämlich keine Handelsbilanzdefizite und Überschüsse. Gibt es einfach nicht. Der Goldstandard zwingt alle Beteiligten zur Disziplin. Und auch wenn er einseitig erklärt wird, derjenige, der den Überschuss hat, kann ihn einseitig erklären. Dann bedeutet das, dass der Westen gegenüber den BRICS-Staaten auf mittlere Sicht keine Handelsbilanzdefizite mehr fahren kann. Und bis er dort ankommt, braucht er aber so viel Gold, dass der Goldpreis trotzdem explodiert. Also dann wird er sich vielleicht nicht verzehnfachen, sondern nur verfünffachen. Da sind wir auch bei 10.000 Dollar pro Unser. Und was wir sehen werden, ist eine Mischung aus allen dreien. Also die werden Gold einkaufen, die werden Reserven benutzen und die werden das Defizit senken. Aber am Ende des Weges muss das Defizit weg sein in 1, 2, 3 Jahren. Und wenn das passiert, das ist eine ganz interessante Sache, denn ohne die Handelsbilanzdefizite sind die Staatsdefizite wiederum nicht finanzierbar. Warum nicht? Weil die billigen Importe ermöglichen es, dass der Staat über seine Verhältnisse lebt. Lebt der Staat weiterhin über seine Verhältnisse, ohne dass die billigen Importe zur Verfügung stehen, dann bedeutet das, dass die Inflation explodiert und über die Inflation die Leute enteignet werden und damit auch ein Gleichgewicht hergestellt wird. Das heißt, so oder so ist die fiskalische Verantwortungslosigkeit des Westens vorbei. Ende Gelände. Die Möglichkeit, Staatsdefizite im großen Stil zu fahren, die Möglichkeit, Handels- und Leistungsbilanzdefizite im großen Stil zu fahren, ist vorbei. Erledigt. So, das heißt, ich fasse zusammen, der Great Reset wird kommen. Ein bisschen anders vielleicht, als sich Schwab das vorgestellt hat oder in seinem Buch beschrieben hat. Aber es wird, die Karten werden neu gemischt, wirtschaftlich, politisch. Und wir haben ja letztens auch mal drüber gesprochen, das war auch ganz interessant, über diese Wachablöse der Hegemone, das genauso wie damals halt das britische Empire sozusagen und britische Pfund dann irgendwann abgelöst wurde vom Toller und ist jetzt wahrscheinlich die Zeit gekommen, die Weltmacht, die sozusagen im Zweiten Weltkrieg zur neuen Weltmacht wurde, herauszufordern, so wie es ausschaut. Ja, die Herausforderung läuft natürlich. Es ist allerdings nicht so, dass wir dann sozusagen mit einem neuen Hegemon China zu rechnen haben, sondern wir kriegen zunächst mal eine multipolare Weltordnung. Wir bekommen China, Amerika, Russland, Indien und Europa als neue Hauptpole und ich glaube, dass das gar keine so schlechte Sache sein muss. Es wäre wahrscheinlich überhaupt nicht wünschenswert, wenn Amerika in seiner zumindest teilhegemonialen oder Mitspielerrolle so zurückgedrängt würde, dass es keine Bedeutung mehr hätte. Denn ich glaube, die meisten Menschen würden mir zustimmen, wenn ich sage, also wenn ich die Wahl habe zwischen zwei Hegemonen, China oder Amerika, entscheide ich mich trotz aller Probleme, die sie in den letzten Jahren produziert haben, immer noch für Amerika. Absolut. Ich glaube, keiner will wirklich einen Dritten Weltkrieg. Das wäre ja das Schlimmste. Also ich bin nicht China als Hegemon und eine echte neue Hegemonie, also eine wirkliche Verschiebung der gesamten Achse, die würde nur durch einen Dritten Weltkrieg passieren können. und es ist, also als ich vor einigen Tagen mal in einem Tweet so diese ganze Bricks-Geschichte mal so auf 20 Zeilen zusammengefasst habe, da gab es einige, die dann geschrieben haben, ja, dann werden die Amerikaner eben zum Krieg schreiten. Das wiederum glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass es besteht zwar eine Konfliktgefahr, insbesondere durch die mögliche Eskalation in der Ukraine, das halte ich für verbrannt, gefährlich und diesen Belizismus, den lehne ich deswegen auch komplett ab. Ich glaube aber nicht, dass die Währungsfrage einen Krieg auslösen wird und zwar aus dem ganz einfachen Grunde. Dann müssten die Amerikaner gegen Russland, China, Indien, Brasilien und Südafrika und 40 weitere Länder gleichzeitig Krieg führen. Den würden sie schlicht verlieren. Bei all ihrer militärischen Macht, den würden sie verlieren. Und das wissen die Amerikaner auch und deswegen würden sie das sicher nicht machen. Und einen Atomkrieg deswegen zu führen, das wäre nur der Weltunterricht, der Gang. Dafür ist der Seniorage-Einkommensvorteil der Amerikaner nicht groß genug, um das sozusagen rational zu machen. Das bringt es also an der Stelle nicht weiter. Nein, ich glaube, wir sehen ein Great Reset, nicht den, den sich quasi die oligarchischen Eliten in Davos ausgedacht haben, sondern wir sehen einen ganz klaren Bruch von einer unipolaren zu einer multipolaren Weltordnung. Und man muss auch ganz klar sagen, die unipolare Weltordnung der letzten 30 Jahre war ein Sonderfall der Geschichte. Wir hatten ja auch vor 1990 keine unipolare Weltordnung, sondern wir hatten eine bipolare Weltordnung. Die Sowjetunion und der Warschauer Pakt auf der einen Seite und die Amerikaner und die NATO auf der anderen Seite. Und China war 1990 noch nicht bedeutend genug in seiner Wirtschaftskraft und auch in seiner militärischen Macht, um da irgendwie mitspielen zu können. Wenngleich 1990, erinnere ich mich, 1991 gab es also mal eine tolle Analyse, die damals von Goldman Sachs durchgeführt wurde. Und die war einfach nur überschrieben mit dem Titel China-Ausrufezeichen, in der mal diese ganzen Projektionen gemacht worden sind, wie sich China bis zum Jahr 2010, 2030 entwickeln würde. Und sie sind allein getreten. Also es war für diejenigen, die sich mit der Frage auseinandersetzten, wie mächtig eine Marktwirtschaft ist, was die Wachstumsraten angeht, die sie produzieren. Und was diese Wachstumsraten dann geopolitisch bedeuten für ein Land der Größe Chinas, war damals schon klar, worauf es hinausläuft. Nämlich auf eine Nicht-Haltbarkeit der unipolaren Weltordnung, die wie gesagt ja auch ein Sonderfall ist, die es in der Weltgeschichte so auch noch nie gegeben hat. Und dann ist es natürlich auch so, dass wenn ein Hegemon abgelöst wird, dann ist die Kriegsgefahr höher. Das hat ja Tyküditus hat ja das wunderbar in seinem Werk über den Athenisch-Spartanischen Krieg beschrieben. Und ja, es gibt natürlich die Gefahr der militärischen Auseinandersetzung bei hegemonialen Verschiebungen. Aber ich glaube, dass an der Stelle der Käse gegessen ist. Ich glaube, das ist fair accompli. Die Sache ist durch und die Amerikaner werden sie nicht aufhalten. Die Europäer werden sie auch nicht aufhalten. Zumal die Amerikaner und die Europäer eine Wirtschaftspolitik machen, die so grottenschlecht ist, dass sie es auch verdient haben, an Bedeutung in der Welt zu verlieren. Die sollen sich endlich mal auf Marktwirtschaft, freien Handel und Kapitalismus zurückbesinnen und auf anständige Währung und auf schlanken Staat und auf Wettbewerb und dann werden sie auch wieder mehr zu sagen haben in der Welt. Aber das, was wir hier da hinlegen im Moment als Westen, das veranlasst uns oder es veranlasst nicht uns, sondern den Rest der Welt nur noch zum Lachen. Und deswegen ist es auch ganz klar, dass die Machtzentren sich verschieben werden. Wenn die einen Trottel sind und die anderen nicht, dann wandert die Macht dahin, wo nicht die Trottel sitzen. Das heißt, wir können zusammenfassen, also BRICS, das steht wahrscheinlich fest, dass die irgendeine andere Währung, das kann man als gegeben annehmen. Die Frage ist, ein Analyst, Simon Hand, glaube ich, hat mal gesagt, dass das Ganze auch auf Rohstoffen allgemein passieren könnte, aber ich glaube, die letzten Tage haben gezeigt, dass es immer mehr in Richtung Gold gehen könnte. Also diese Diskussion, ob es teilweise Rohstoff und teilweise Gold gedeckt sein sollte, die wurde geführt. Nach meinen Quellen ist es so, dass die einfach nicht praktikabel war. Weil wenn ich etwas decken, also wenn ich eine Währung decken muss mit einem Rohstoff zum Beispiel, Gold ist ja auch ein Rohstoff in dem Sinne, dann muss der hinterlegt werden. Es reicht also nicht zu sagen, ich habe die Rohstoffe da in der Erde und die stelle ich jetzt und die verpfände ich jetzt, so funktioniert es nicht, sondern ich muss tatsächlich dann irgendwo die Sache hinterlegen. Und das ist nicht mit Energierohstoffen, mit Öl, mit Kohle, mit Gas oder auch mit Stahl und anderen Rohstoffen nicht machbar. Also hat man dann aus Praktikabilitätsgründen gesagt, nee, Gold hat schon mal funktioniert, und wir haben auch genug Gold mittlerweile. Also die Goldvorräte der Russen und der Chinesen sind deutlich höher als das, was sie offiziell angeben. Es gibt also neben den Zentralbankschätzen gibt es noch mal staatliche. Wo schätzen Sie das? Es gibt ja gleich Gerüste, die sagen, China bis zu 50.000 Tonnen kann das stehen. Nein, das ist sicher nicht der Fall. China gibt ja offiziell nur 2.000 Tonnen an. 2.000 Tonnen, ja. Ich gehe davon aus, dass es sich irgendwo zwischen 5.000 und 7.000 bewegt und in Russland um die 5.000 auch liegt. Okay. Und in Russland sind ja auch nur 2.000 offiziell angegeben. Man muss ja sehen, dass diese beiden Länder zu den größten Goldproduzenten weltweit zählen. Ja, also das ist so, dass die Russen in den letzten Jahren im Grunde genommen den größten Teil ihrer 200 bis 350 Tonnen, je nach, das schwankt ja auch, pro Jahr Produktion im Land behalten haben. Dann muss man einfach nur mal ausrechnen, wenn man das 10 Jahre macht, dann was da rauskommt. Und sie haben auch fleißig eingekauft. Sowohl die Chinesen als auch die Inder und die Russen waren in den letzten Jahren Netto-Einkäufer am Goldmarkt weltweit. Und das kam ja noch obendrauf. Das heißt, die haben das Spiel schon ganz geschickt und von Langem haben vorbereitet. Die Kernfrage, die an dieser Stelle, ich glaube weder von mir noch von sonst jemandem beantwortet werden kann, ist, wie hardcore spielen die das? Also gehen die jetzt her und machen Cold Turkey, wie es so schön heißt, zu sagen, also ab heute nur noch Gold oder gehen die her und machen das schrittweise? Und von der Frage, ob die das schrittweise machen und wenn ja, in welchen Trippelschrittchen oder großen Schrittchen sie das tun, hängt auch die Frage ab, auf welchem Weg und wie schnell sich neue Gleichgewichte einstellen und wie stark die Disruption sein wird. Man darf wohl annehmen, dass insbesondere die Chinesen, aber auch die Russen und die Inder kein Interesse daran haben, das Ding so Cold Turkey zu machen, dass sie ihre gesamten Exporte wegbrechen. Das würde zwar zu einer Explosion des Goldpreises führen und die Aufwertung ihrer eigenen Goldvorräte würde sie da teilweise für entschädigen, aber wenn die Nachfrage nicht mehr da ist, dann stehen Fabriken still und das will auch keiner. Also wird man versuchen, einen Weg zu finden, in der einerseits das Ziel erreicht wird, nämlich in Zukunft bezahlt zu werden mit einer werthaltigen Währung, die der Dollar nicht mehr ist, schon lang nicht mehr ist. Wie gesagt, der hat ja seit 1971 75 Prozent an Wert eingebüßt und der Dollar, der damals ins Ausland geflossen ist, der liegt immer noch im Ausland und das andererseits also das zu erreichen, dass das in Zukunft gestoppt wird. Also nicht sozusagen die Krise zu sehr herauf zu beschwören, aber es in Zukunft zu stoppen. Denn wenn man mal zusammenzählt, was hat sich seither aufakkumuliert, was war das weltweite Tributsystem, wenn man so will, an die Vereinigten Staaten, es lässt sich nämlich leicht ausrechnen. Die Vereinigten Staaten haben seit 1971 einen kumulierten Handelsbilanzdefizit von 18.000 Milliarden Dollar aufgespart, wenn man so will, im umgekehrten Sinne aufgespart. Das heißt, das Gesamtdefizit seit 1971 ist 18.000 Milliarden, also 18 Billionen. Und wenn man jetzt mal fragt, was davon geht denn den Eignern dieser Dollars verloren, dann kann man sagen, man muss nicht das jährliche Defizit nehmen, sondern man muss das aufakkumulierte Defizit nehmen. Also quasi die Sparbüchse, die die anderen haben, die jedes Jahr größer wird in Dollars und dann muss man jedes Jahr ausrechnen, wie hoch die Inflation in Amerika war und das ist das, was an Kaufkraft in dieser Sparbüchse jedes Jahr verloren geht. Und wenn man das macht, dann stellt man fest, dass von den 18.000 Milliarden, die die Amerikaner den anderen gegeben haben, 6,2 Billionen, also 6.200 Milliarden, an Kaufkraft ihnen wieder weggenommen worden ist, die sie nie mehr zurückkriegen. Also um so eine große Rechnung quasi auszugleichen, also um das, um die Leute dazu zu bringen, das weiterhin hinzunehmen, da muss der Schaden, sozusagen der Kontraschaden, den man durch die Maßnahmen hat, schon sehr hoch sein, um das auszugleichen. Zumal von diesen 6,2 Billionen waren alleine in den letzten zwei Jahren, also 2021 und 2022, zwei Billionen insgesamt, also jedes Jahr eine Billion. Das heißt also, diese Rechnung, die wird nämlich umso größer, je höher die aufgesparte Sparbüchse, der kumulierten Defizite ist und je höher die Inflation in Amerika ist. Das sind die beiden Treiber. Und beides ist natürlich, der eine Treiber geht immer hoch, immer, 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 solange das Ungleichgewicht mit billigen Dollars finanziert werden kann. Und der andere Treiber, der schwankt mal mehr, mal weniger, aber jetzt durch die schlechte Geldpolitik des Westens im Moment auf einem Höhepunkt. Das heißt also, so viel Tributkapital wie, und Tributwohlstand, wie jetzt in die Vereinigten Staaten geflossen ist, ist noch nie dahin geflossen. Eine ganze Billion pro Jahr an Entwertung der Schulden, die die Amerikaner bei der Welt haben. Das heißt aber, der größte Schuldner dieser Welt hat jetzt jahrelang sozusagen auf Pump gelebt. Damit wird jetzt bald Schluss sein. Das heißt, im August könnte eine neue Ära anbrechen. Und ich frage mich, egal jetzt, wie schnell das umgesetzt wird, aber allein schon der Umstand, dass diese Gespräche stattfinden, dass die Weltöffentlichkeit das auch plötzlich im Blickfeld hat und auch die Medien darüber schreiben, werden im größeren Stil, weil man merkt ja schon die letzten Tage, dass sich immer mehr Leute damit befassen. Könnte doch dazu führen, dass es ziemliche Unruhe gibt an den Finanzmärkten, am Währungsmarkt, dass der Dollar vielleicht auch fällt, vielleicht auch der Euro. Also der Dollar wird fallen, der Euro wird fallen, das Gold wird in jedem Fall deutlich ansteigen und zwar nicht irgendwie so zwei, drei Prozent. Das wird also sehr viel massiver werden. Es wird auch... Wird das Allgemein zu einem Ansteigen der Sachwerte führen? In der Tendenz ja. Allerdings muss man sehen, dass die Sachwerte im Westen ohnehin sich in Blasenstrukturen befinden. Und da ist jetzt die Frage, gibt es da eine Aufholung quasi durch die Entwertung der Währung oder kommt es zu einer Adjustierung der Blasen oder kommen die sich beide auf halbem Weg entgegen? Das ist schwer zu sagen. Das lässt sich eigentlich nicht wirklich prognostizieren, weil zu viele Moving Parts da sind. Aber generell ist so eine Situation gut für Sachwerte. Was wir auch sagen können, ist, dass es zu ziemlichen Unruhen in den Finanzmärkten kommen wird. Möglicherweise wird die Bankenkrise dadurch verschärft werden und zwar deswegen, weil ja viele Unternehmen davon abhängen, dass diese Lieferketten funktionieren. Und die Lieferketten und der Handelsbilanzüberschuss Chinas und Russlands mit dem Westen hängen ganz eng zusammen. Wenn also die Lieferketten dadurch beschädigt werden, dass das Defizit über die Lieferkettenproblematik abgebaut wird, dann werden wir hier mehr Pleiten sehen. Das heißt also, wir werden mehr Pleiten sehen, wir werden mehr Druck auf die Banken bekommen und wir werden durch den inflationären Druck, der da entsteht, werden wir auch noch mehr Probleme mit den Anleihen bekommen. Also wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir verteuern die Importe massiv und das tun sie in jedem Fall, auch wenn man das nur schrittweise macht, weil ja die Dollars an Wert verlieren gegenüber dem Gold und es wird dann in Gold bezahlt, das heißt, die Importe werden deutlich teurer sein in Dollars gemessen und das bedeutet, dass die Inflation ansteigt. Wenn die Inflation ansteigt, entsteht aber mehr Zinserhöhungsdruck und mit mehr Zinserhöhungsdruck fallen wieder die Anleihenkurse weiter ab. Wir haben ja schon 20 Billionen verbrannt, wir können doch noch mal 20 Billionen verbrennen innerhalb ganz kürzer Zeit. Das heißt, der Druck aufs Bankensystem und der Druck auf die Möglichkeit, es retten zu müssen, der wächst weiter an. Das heißt, wir werden eine Zeit lang diesen Tanz auf der Rasierklinge noch erleben, den Sie letztens beschrieben haben, wo Sie gesagt haben, Zinserhöhungen und dann wieder Zinssenkungen. Genau, dieses Hin und Her Oszillieren. Es gab ja mal diesen phänomenalen Stunt, dass jemand zwischen den damals noch stehenden zwei Türmen des World Trade Center ein Drahtseil gespannt hat und dann da wirklich ohne Sicherung rübergelaufen ist auf dem Drahtseil. Stellen Sie sich vor, der kommt jetzt ins Schwanken in 400 Meter Höhe und erst mal rechts, dann links und irgendwann stürzt er runter. Und die 400 Meter Höhe, das ist auch die Fallhöhe unserer Wirtschaft, die wir aufgespart haben. Das heißt, das wird nicht ohne Schmerzen gehen. Ja, das war die Meinung von Dr. Markus Krall. Ihr könnt uns gerne und eure Meinung dazu auch in die Kommentare schreiben. Ich glaube, Fragen sind erwünscht, Kommentare sind erwünscht. Ich fand das wieder mal ein super spannendes Interview. Es freut mich auch immer. Ich habe jetzt gesagt, das war Ihre Meinung, aber die deckt sich also in wirklich 95 Prozent sehr genau mit dem, was auch ich erzähle, seit vielen, vielen Jahren. Also jetzt nicht jetzt, aber dass irgendwas passieren muss, dass es einfach unlogisch ist, dass man nur Geld druckt. Und man hat ja in sämtlichen Bereichen unserer Wirtschaft, wenn du dir das anschaust, die ganzen Statistiken seit den 70er Jahren, also da ist überall 71, 72, als ganz gravierende Veränderung zu sehen. Da werden wir vielleicht mal ein anderes Interview noch machen zu dem Thema. Aber jetzt geht es in die Lösungsphase. Und die ist überfällig, kann ein bisschen Schmerzen verursachen. Das müssen wir mitnehmen. Ja, eine Sanierungsmaßnahme tut immer weh. Genau. Wir haben ja beim letzten Mal, glaube ich, den Satz geprägt, dass wir gesagt haben, es wird ein Sommergewitter geben und da kann man auch ein bisschen nass werden dabei. Ja. Aber nachher wird die Luft wieder besser zu atmen sein und man wird wieder klarere Luft haben. Ja, vor allen Dingen werden die Köpfe wieder klar sein. Den ganzen Unsinn, mit dem sich die Menschen befassen, wo sie ihre Energie im Moment rein verschwenden und rein investieren für vollkommen unproduktive Dinge, das alles werden wir uns nicht mehr leisten können. Und es ist auch gut, dass wir uns das alles nicht mehr leisten können, weil dann die ganzen Minderleister, die werden erstmal nach Hause geschickt. Dann wird es ihnen sehr, sehr schlecht gehen und dann werden sie sich überlegen, will ich, dass es mir jetzt so schlecht geht, dass ich irgendwie auf der Straße lande oder fange ich jetzt mal endlich an, anständig und ehrlich zu arbeiten. Und da ist nichts besser für anständige und ehrliche Arbeit und es beginnt in den Köpfen als die Krise. Absolut. Ja, danke fürs Dabeisein. Wie gesagt, was ich immer sage, finanzielle Bildung ist die erste Stufe zur finanziellen Freiheit und deswegen, leider wird sie nicht an unseren Schulen gelehrt, das tut mir immer so leid. Ja. Das ist das Nächste, was wir dann angehen müssen, wenn es diesen Great Reset gab, ist das Bildungssystem, aber da wollen wir uns heute nicht zu sehr darüber auslassen. Das ist übrigens eine der besten Investitionen überhaupt, die vor allem krisenfest ist. Bildung und zwar nicht irgendwie in Gendersprache, sondern Bildung in produktive Fähigkeiten. Es gibt nichts, was einem der Staat da klauen kann. Also man kann die Bildung, die mal im Kopf ist, nicht besteuern, jedenfalls noch nicht. Man kann zwar das künftige Einkommen, das man damit generiert, besteuern, aber man hat die Möglichkeit, damit ins Ausland zu gehen, ohne dass es sozusagen auch eine Wegzugsbesteuerung für die Bildung gibt. Genau. Und es ist im Grunde genommen das, was die Menschen in die Lage versetzt, am besten mit der Krise umzugehen. Also investieren sie in Bildung und zwar in praktische Bildung, die in der Lage ist, Einkommen zu generieren. Wunderbar. Ich sage Dankeschön. Wir werden sehr viele Interviews machen in der nächsten Zeit. Wir werden wahrscheinlich die Intervalle verkürzen, weil sich auch die Zeiträume da draußen, wo es rumpelt und wo Dinge passieren, verkürzen werden. Und deswegen sei mit dabei. Schreibt fleißig hier eure Kommentare, auch was ihr gerne noch hört im nächsten Interview von Dr. Markus Krall. Und ja, danke fürs Dabeisein, viel kommentieren, tschüss, ciao und servus. Danke auch von mir. Danke. Danke.